Die berufliche Grundausbildung ist ein absolut zentrales Element für die Qualität der Dienstleistungen in der Senevita. Unser Geschäft besteht ja zum grössten Teil aus der Erbringung von Dienstleistungen für unsere Bewohner und unsere Kunden. Und dort ist es sehr wichtig, dass wir top motivierte Mitarbeiter und top ausgebildete Mitarbeiter haben. Senevita hat in den letzten Jahren stark in die Aus- und Weiterbildung investiert. Wir haben heute mehr als 220 Lernende, hauptsächlich natürlich im Bereich Pflege, aber auch in den Bereichen Hausdienst, Gastronomie, Service, Technischen Dienst. Und den meisten von unseren neuen Mitarbeitern können wir nach Abschluss der Lehrzeit und eine Weiterbeschäftigung in einem von unseren 26 Betrieben in der ganzen Schweiz anbieten. Und nach dem Abschluss der Grundausbildung ist das Thema Weiterbildung für uns sehr, sehr relevant. Mit der Senevita Akademie haben wir ein internes Gefäß, wo wir weit über 200 Kursen jedes Jahr anbieten zu den verschiedensten Themen und selbstverständlich alles gratis für unsere Mitarbeitende. So können wir garantieren, dass weiterhin Senevita Mitarbeiter top ausbildet und hoffentlich top motiviert arbeiten.